ein toten schädel sonst nix weiß ich nicht kommt vielleicht noch da kommt vielleicht noch was ist so hochtreiben lassen oder ist eine kiste bei mir eine side in kiste gebratenes haifleisch ja sage ich doch echt da drin sogar teilweise gebratenen kraken aber eigentlich wird es passen ja weil die haben dann nicht verpflegt wenn der fort eben finde ich cool gleichzeitig so dass ich im wrack sogar luft bevor ich ganz da oben schwemme hier ist ein wrack schnapper geil geil ist ja da dass man die ganzen ganzen auszeichnungen im team bekommt dass wenn ihr angelst dann bekomme ich die auch faktisch vor wie viel verwunschen wenn ich hier drin finde mein gott wenn auch was an die luft gehen luft rein danke im gefängnis ist nix mehr das war es jetzt ganz unten ist nix mehr ich hab nix gesehen naja das ist schon noch drin aber so schädel und so gab es auch die das besondere ausfindet deswegen neuer waren auch fisch so ok hier wirklich wahrscheinlich im totenreich kommen weil ich man trinke wenn der kapitän ins kajüte ist nix mehr nicht mal mehr supplies gar nix da war ich schon gewesen was ist das für ein wrack schnapper ey der ist verbrannt der ist verbrannt aber der zählt trotzdem beim abgeben ja boah grade 4 sale of a tina's fortune was ich hab seemeilen gesammelt wuhu oh nice hab ich gerade auch schon getan mir fehlen nur noch 500 dann hab ich es fertig oh cool nur noch ja das ist die letzte stufe 500 auf 1000 ach du schaust das problem ist drei kästchen auf der map sind wohl eine seemeile krass aber ich will grade 5 haben weil dann kriegst du ein geiles steuerrad nein 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 ja fisch geh weg oh nö kriegst du das legendensteuerrad cool aber weißt du was eigentlich wenn du da runter gehst und guckst nach steht drin dass du das und das achievement brauchst also sailor für tina's fortune die gesetzten bitte ja gut ich bin gerade ich würde jetzt mir fehlen jetzt noch 194 für vier das heißt ich muss danach noch mal die 500 du musst auf 1000 seemeilen kommen also 604 die 694 über 4 oder 794 auf 794 ich habe mich passiert weil das in kugel noch mal nach ja ich brauchst 794 geil 206 ich verrate mal das ganze fleisch an auch gut Vielleicht locken wir wieder einen Megalodon an mit den ganzen leckeren Sachen die wir drunter braten. Das geile Megalodon ist halt 250 für jedes gebratene Fleisch, ne? Ja, cool. Lohnt sich schon. Megalodon und Kraken ist halt auch das einzige was mir noch fehlt fleischtechnisch. Den Rest hab ich schon fertig. Ja gut, den Rest hab ich nie abgegeben. Also ich hab eigentlich generell nicht so viel abgegeben. Hühnchen, Schwein, Schlange, Hai. Nur 5? 50. Also 50 von jedem. Oh, was bist du denn für ein Fisch? Drei Megalodon schon abgegeben, ja, keine Fragen. Ich mach halt teilweise ganze Sessions stundenlang, wo ich nur angel oder so Zeug jag. Ja gut, warum nicht? Na? Klar. Boah, ich hab halt mal drei Stunden hin und angelst irgendwo dämlich. Zwischendurch versenkst du ja noch so zwei, drei Gallionen, weil sie dir auf den Piss gehen. Einmal hatte ich so ne Brick, die sind angefahren gekommen. Kommen bei mir an Deck, gucken sich um, stellen fest, ich hab keinen Loot. Stellen fest, ich angel. Fragte mich, wie lange ich schon angel, sag ich im Jahr zweieinhalb Stunden. Geht kommentarlos. Scheiß. Wir haben uns mal, wir sind, da bist du dran gefahren, die am Ausposten war, also an diesem Seepfosten war, war ein Anländer. Ich glaubte er uns gar nicht mitbekommen, wir haben uns dann alle hinterhin gestehen, haben einfach alle gewunken. Ich hör, er riecht sich um und wusste einfach nicht, was er tun sollte, er war einfach irgendwie so. Hm. Also den besten Move bisher hat man gebracht, als wir eine Sloop an Golden Sense eingeparkt haben, weil der halt am Abgebepunkt stand und haben dann über sein Schiff ausgeladen. Dann ist er dann auf sein Schiff gestanden und hat zugeguckt, wie wir zu viert immer wieder über sein Schiff hoppeln mit Loot in der Hand. Okay. Am Ende hat er sogar mit angefangen, hat uns das Zeug mit rüber getragen. Wir haben ihm dann noch zwei, drei Captains stehen lassen. Das sieht doch schon mal gut aus von der Position her. Ich bin ja eh nur mit einem See langer fahren. Oh. Nö, ne, hier wird's gerade die anderen zwei hoch. Ja, gut. Hast du gemütlich gemacht, ne? Naja, genau. Das passt schon. Ich koche hier unten einfach mal alles fertig. Was sieht denn aus? Ja, genau. Muschelweißer Teufelsfisch. Ähm. Macht dir das eigentlich auch so, dass halt diese Festungssachen nur die Leute, die Legenden verkaufen? Warum? Weil bei uns so wichtig gehört, aber hat es uns einer gesagt, dass man dann die maximale XP und so rausbekommt, wenn die Legenden das verkaufen. Halt dich für eine Lüge, aber gut. Ich, ich auch, aber ich hab nur das gehört. Vielleicht stimmt es vielleicht nicht. Aber auch noch nicht gehört sowas. Hm. Es gibt viele solche Gerüchte. Ist halt immer so, ne? Nice. Also ich kiste das Mega Cake und die Festungsschilde. Das sind nur die drei Sachen. Das kann jeder verkaufen. Aber. Und das stimmt aber nicht. Lass ihn mal da hingestellt sein. Jetzt guck mal das Miniackeck von oben. Oh, das Getriebe lässt grüßen. Hat gerade einer auf dem Dorfplatz so hat geschalten, das hab ich bis hier reinkrachen gehört. Autsch. Autsch. Oh cool, gleich nochmal ne Made gefunden. Hm. Noch mehr Fischis. Fisch, Fisch, Fisch. Magst du den auf Dampflok? Ja. Ja. Angezündet verkauft. So muss das. Ja. Hat das fast grad echt nur 4K gegeben? Während ich. Hm. Das sagst du mir grad auch. Aber 4K geht sogar noch. Der Schädel hat grad nur 3K gegeben. Der gibt nicht mehr so viel der Schädel. Na? Den haben sie irgendwann mal genervt. Ha. Nachdem es so viele Force gibt. Lot. 2. 4 für den Aschgrauen ist gut. Der Schädel. War nicht, oder? Ich hab auch eine abgegeben. Oh, der Gas hier. Ich hab heute. Ja. Hm. Hm. Ja. 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 Ich bin ja mal gespannt, ob sie noch mal was von Dingen hier bringen. Von Duke. Von den Missionen. Von dem Duke. Ja. Sie sollten haben sie verwarten. Tschüss Ratten. Hm. 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 Weil ich hab von denen 560 solche Diplone. Hm. Lohnt sich aber auch nicht davon irgendwas zu kaufen, was der so im Angebot ist. Was verkauft der großartig? XP und Gold. Gold hab ich 3,5 Millionen. XP hab ich überall voll. Ja. Ja. I don't see it. Why I should. Ach die Arschgrauen. Wir haben sogar noch eine Captain's Chest sind so noch hinten drin in der Kapitänskredite. Also noch eine Sache ist in der Kapitänskredite noch. Nur was zum Brutzeln fällt mir ein. Da müsste noch Handelssache sein. Uh. Der Blödsinn von vorher. Ja. Ach. Jemand hat meine äh... Und ein Druckenschädel ist sie auch noch. Jemand hat meinen Huhn schon gebraten. Dankeschön. Wir haben alles gegrillt. Ich hab's nebenbei schon genug getan. Aber das ist deswegen. Ich weiß schon. Jawohl. Hai. Lecker. Mit essen. Hehehe. Aber die Händchen-Kolle ist echt... Magalos. Äh. Wem verkaufe ich jetzt die eigentlich? Was denn? Am See-Post. Am See-Post. Am See-Post. Am See-Post. Achso. Ah. Dann müssen wir zum See-Post. Ja. So wie bei den Fischen auch. Nein. Gehört ja zur Hunter-Fraktion. Ja. Stimmt. So haben wir nach oben. Was? Das ganze Fleisch. Kann man verkaufen, ne? Ja. Absolut. Ich dachte, das wäre jetzt einzig und allein nur so Nahrungsaufnahme. Nein. Ne. Na das schon. Auch, aber ich geb's dann doch lieber ab, weil das gibt Erfahrung. Ne. Und Geld. Also so ein bisschen Geld. Ein bisschen, ja. Nicht so viel, aber auch kleinen Vieh, was auch Mist. Auch wenn du mal 80 Fische abgegeben hast, dann bist du schon gut dabei. Ja, das stimmt. Ja, das ist bestimmt noch eine Errungenschaft, dass du dann, ähm, Gott. Dass du dann, äh, so und so viel Fleisch abgegeben hast. Oh. Da fällt grad ne Nussschale weg von uns. Was? Die war wohl auch grad auf der Insel. What? Wo ist ne Nussschale? Oh ja. Bei uns. Ne, die hat die umgedreht. Die hat bestimmt umgedreht. Achso. Du meinst Schaluppe. Ja. Wenn ich das mit Nussschale meinte, denke ich mal, dass es, äh, das, das Beiboot ist. Achso, ja. Entschuldigung. Ach. Hast ja recht. Schalte. Schalte. Blu. Aber das ist doch die, die, ähm, die wir vorhin versinkt haben, oder nicht? Weißes Segel, ich kriege einen Legendenrumpf. Oh, genau aufgepasst. Wirklich. Kann sein, ja. Ich fahre die nicht so genau an, da fahre ich kurz drüber und dann vergesse ich die wieder. Ja, genau. Ich fahre ich kurz drüber, sagt der. Und die Fische. Immer bin ich wirklich über ne Slup drüber gefahren. Habe ich dich gesehen vor lauter Segel und dann war ich voll in Fahrt mit der Gaglione. Auf einmal geht's. Okay. Scheiße. Das war ein völlig panischer Spieler. Ich guck so seitlich vom Boot. Oh, Slup. Geil. Ah, schönes Gefühl wahrscheinlich, ne? Aber die Fische, muss man roh verkaufen? Ja, ne? Nein, nein. Kannst du gekocht verkaufen. Geben sie mehr Gold. Okay. Die Schaluppe ist noch da, die versteckt sich hinter der Insel. Na dann. Was? Ja, ja. Attacke. Die ist bei mir, die ist genau im Norden von der Insel. Ich bin jetzt gerade hinter das Wirtshaus gegangen und da steht sie. Oh, warte mal, ich glaub. Der ist gerade an Land gegangen. Ich hab irgendwas gehört in der Wasser. Also ich hab verwunschen dafür, dann fehle ich noch mal schneller. Also sind sie noch hier auf der Insel? Ja. Druf. Ich bin hier unten, wo er hätte an Land gehen können, glaub ich. Ich renne da jetzt drauf. Ja, mich verhört. Du fährst bestimmt damit an Land, ne? Ja. Ich seh auch keinen beim Goldhändler. Ja, die ist auf jeden Fall da, die ankert da hinten. Oh doch, der ist hier. Der ist auf dem Weg zum Goldhändler. Ja. Ja, da steht Hulli in der Hand. Äh. Was hast du in der Hand? Wo ist er? Töt. Der ist genau noch vor. Nein! Er hat's abgegeben. Wir haben gekillt, aber jetzt abgegeben. Noch einer hinter dir. Oh. Ich bin down. Der auch. Haben die noch was aus der Schaluppe? Weiß ich nicht. Weiß er nicht. Ich bin gleich drauf. Ich bin gleich drauf. Die haben noch was. Ich seh's. Die haben noch was. Nice. Soll ich mit rüberkommen? Ne. Servus. Vielleicht ein sinnvoller wäre ein an unserem Schiff. Der Typ ist auf der Galione der Verdammten. Die haben eine besoffenen Truhe. Watsch, die kriegen die nicht. Die ist hiermit beschlagnahmt. Und Truhe der 1000 Crocs. Verteilige lieber das Schiff erstmal. Love you too. Ich bin bei unserem Schiff einfach, ne? So. Ich bin aber auf dem Schiff. Passt. Ja, das heißt, die respawnen. Looooool. Ich hab vergessen, dass der eine gestorben ist. Ich Idiot. Ich stehe mitten im Weg. Er spawnt hinter mir. Gibt mir diese. Nein. Ich bin tot. Shit. Ah fuck. Was macht ihr denn? Ja, ich wurde von zwei Leuten an der Leiter weggeblockt mit dem Säbel. Dann mach ich nix. Und mein Herr Kollege war ja schon tot, als ich ankam. Das hätten wir aber alle, die ein Schiff beschlagen haben. Dann passt das ja. Wo ist denn das Schiff? Ist das noch im Norden? Ja, ja. Da steht er noch. Da wüsste ich Säbel deschen können. Ich wähl diese Truhe. Ja, ich auch. Da ist Grog drinnen. Läufe. Ah, der ist bei mir. Ein Saufen! Das heißt, die stehen da immer noch, ne? Ja, ich bin da. Der ist auf dem Weg zur Insel, aber der hat nix dabei, glaube ich. Ich bin bei uns halt noch auf dem Schiff, deswegen. Ich geh mal mit hier rüber, Janne. Oder? Ja, Moment. Ich mach mich halt mehr. Als ich einer versucht rüber zu schießen und verkackt. Ja. Warum überhaupt da hin? Wir müssen eh in die andere Richtung. Warum? Wir müssen auch nach links. Frontal vom Schiff. Das ist die Richtung, wo die stehen. Oh, ich hab Kopfschmerz. Kopfschmerzen. Kopfschmerzen. Kopfschmerz. RP für Frame Drops. Ja, ja, stimmt. Das hab ich schon mal gehört. Er legt grad nach, ich bin tot. Oder, ja. Ey, na, es ist scheiße auf einmal 30 FPS so richtig random zu haben, ne? Ja. Boom, jetzt geht er auf 65 wieder hoch, wir müssen mich verarschen. Wo ist denn der Typ? Ah, ich, ich sehn. Ich sehn. Das hat unser. Ich fühle mich verarscht. Alter, wo haben die denn geparkt? Ich verstehe manchmal nicht, warum ich mich so Framelaps habe so hart. Oh, der ist down. Der wollte grad eine neue Waffe auslisten. Der andere ist am Boot. Ich hab ihn grad laufen sehen. Nice. Er hat mich gesehen. Ich hab ihn einmal gehittet. Schön. Ach, Kopfschmerz. Wie nah bist du denn am Boot? Zu weit weg. Hab ihn nochmal getroffen? Ja, hab ihn auch. Er ist tot, er ist tot. Nice. Ich bin an Deck. Schön am Snipern hier. Wenn wir dich hin sollen. Der eine spankt gleich wieder, pass auf. Ich komm schon. Rad auf den Meter. Wo ist das Schiff von denen eigentlich? Ich bin auch gleich am Schiff. So, seid ihr zu dritt da, oder was? Der eine ist wieder... Das ist wieder euer. Ich müsste noch immer beide ja respawn sein. Oder einer zumindest wieder. Ich bin auch auf dem Schiff. Bei uns, oder was? Tot. So, noch einen feindlichen. Achso. Ah, okay. Da unten ist einer. Der ist schon tot. Passt. Wo war er? Eingeschissen habe ich mich hier. Ich bin ja wirklich am Arsch der Welt, ey. Wo die stehen. Yep. So. Einer respawned. Vorne respawned. Vorne respawned. Einer. Lol, er hat mir mies gedrückt. Soll ich mal gerade alleine versuchen, unser Schiff rüber zu bringen, oder wollt ihr rüber schippern? Ich würde mal das Schiff kaputt machen. Die haben noch einen Haufen Loot, ne? Sollten wir mal mit unserem Schiff rüber fahren, oder nicht? Und die einfach da umbratzen. Ja. Ehe gerade nach links, dass wir zu uns fahren können. Sie fahren. Sie fahren. Sie fahren. Sie fahren. Also ihr fährt? Okay. Tschüss. Nice. Also holt ihr das Schiff zu uns, oder was? Also holt ihr das Schiff zu uns, oder was? Der eine spawnt gleich wieder. Wir sind der Zweite. Aber bringt ihr das Schiff gerade zu unserem Schiff, oder was? Wo fährst du denn hin? Ich... Ich... Wollt doch links rum. Wieso links rum? Dass wir zu unserem Schiff kommen. Wir fahren gerade voll weit weg. Ja, ich... Ich... Ich wollte so rum, weil das ist dann viel näher. Der ist down. Das ist nicht unbedingt näher. Ja. Wollt aber nur gegen die Insel fahren. Ich hab hier einen Schuss.